Hallo Leute, neue Runde, neuer Skill Lucky Shot. Wir sitzen hier im Panzer mit vielen Nullen in seiner Hummel drin und wir gucken uns jetzt mal an, was er hier getroffen hat. E-75 IS-3 Type 62. Wirkungsdruck, den haben wir fertig gemacht. Frontal schön angezündet und da war für ihn der Käse gegessen. Ja, wir treffen uns. Gut, dann bis zum nächsten Mal, bye bye.